irgendwas anders anzufassen wenn ich normal schieße treffe ich nicht mit der diegel aber weißt du wie ich treffe guckst du mir grad zu? so ja so treffe ich was ist denn das? warum treffe ich denn so? wenn die kommen ich mache den ja dann steht doch mein... ok der jetzt vielleicht nicht warum treffe ich denn so? was ist denn das? wieso? wieso? was glaube ich das? ich verstehe mein eigenes aim nicht es ist ein mysterium ein mysterium mysterium wie bitte? was habt ihr nicht verstanden? hat was mit dem erbgut zu tun erbgut erbgut glaub ich ach so das aiming ja das liegt in der familie geiler schuss nicht mehr nachzumachen ich werde wieder wach ich werde wieder wach ich werde wieder wach uuuuuh hat er wir rennen Richtung geileser shot seit langem aber wie aus dem handy link knack knack durchgebrochen und getroffen da kann man sich echt schon ein bisschen schlecht fühlen da kann man sich echt schon ein bisschen schlecht fühlen au und dann auch den richtigen getroffen und dann auch den richtigen getroffen der hat mich grad noch so ach herrlich links schieß ja ich dachte schieß der wird geil keine sorge geben das schneide ich nicht raus außer aus trotzdem cool wer das jetzt im stream gesehen hat der wird mich ein bisschen toll finden ein bisschen toller als sonst noch so das war zu cool BRRRR BRRRR HACKER HACKER ok das müssen wir doch ausschneiden das passt gerade alles doch ein bisschen zusammen diese frage am anfang und dann pow und dann diese gerade eben das war schon witzig weißt du nicht? oh guck mal da liegt einer wie dahin gekleckert wie gekleckert das wäre kein gekleck oder was? na gut warum AK? warum ich jetzt hier weil der AK viel toller ist